so was erforschen wir denn automatisierung ist ganz wichtig obwohl montage maschine brauche ich momentan keine logistik ist logistik wichtig teiler fließbaren ist ganz nett schneller greifarm ja geschütztürme machen wir doch mal zuerst militär damit ich mich wehren kann so da muss jetzt diese wissenschaftspakete herstellen da gibt es rote grüne blaue oder halt alien wissenschaftspakete die man später durch die tüten von aliens alien basen nester bekommen naja machen wir mal komplett jetzt die roten dafür brauchen wir auch fast für alles eisen kohle raus kohle rein blub ja auch immer schön saft haben ich habe halt noch keine ahnung wie man diese alten sachen zerstören kann oder wegschmeißen ich habe die da die meinen wenn im inventar was ein bisschen doof ist aber naja so diese roten teile der wissenschaftspakete fertig die packen wir dann ins labor und dann dauert das ein bisschen bis das erforscht ist ein radar will ich auch gleich bauen dann finden vielleicht schon alien base irgendwo in der nähe oder so wird halt von der karte dann immer ein stück nach jedem scan aufgedeckt so die packen jetzt hier rein seht ihr und das geht dann immer voll hier und wenn das hier voll wird dabei dann geht hier halt immer ein bisschen der fortschritt nach vorne und dann wenn das voll ist dann ist fertig hervorstand geschützt überbauen gut ganz schön schnell hier wenn natürlich mein inventar immer voller wird muss ich dann halt diese kisten dann hier hin bauen wo die greife haben das halt dann da bunker neu könnte ich eigentlich schon machen weil ja das eventar wird echt dann sonst so langsam zu voll dann mach ich hier hin wegen stromkabel und so und hier mach ich es da hin so hat er strom nein soll denn auch keine strom wunderbar das war zwei strommasten seht ihr also für strommast brauchen natürlich mehr holzboden bohlen und kupferkabel aber das bauen wir halt baut der typ alles automatisch also man muss keine zwischenschritte bauen noch ein paar wissenschaftspakete weiteste reichweite und der packt das jetzt von ofen in die kiste rein da ist ein bisschen mehr platzen dann hole ich es mal raus wenn ich es brauche sonst werden meine taschen einfach zu voll jetzt hier noch strom hin aber fertig erforscht das können wir geschützte bewahren wenn ich genug eisen ab ich sag ja eisen braucht man sehr viel am anfang ich sage jetzt bin ich mal gerade am überlegen noch einen zweiten förderer hinzubauen der das irgendwie ja auch in den ofen da rein packt wobei ein zweiter ofen glaube ich besser wäre weil wie gesagt er macht ihn ja immer nur so voll und dann wartet er das verzögert ja dann alles oder brauche ich erst eine dampfmaschine nee ich will erst einen förderer bauen das dauern wir zu lange hier komm gib mir gib mir platten so förderer greif habe ich noch einen ofen inventar ofen habe ich kiste verdammt ist das alles klar wo ist mein förderer auf der 2 den machen wir hierhin dann auch direkt strom machen wir die kiste hierhin den greifarm mache ich dann wieder hierhin ja links auf dem boden schön ein auf 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 stopp scheiße moment mal dann rufen 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 ja habe ich noch ein greifarm nein greifarm und noch eine kiste ausgleich kohle rein wunderbar kiste hierhin greifarm dahin und er hat wieder kein strom 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 wir brauchen strom na ja es ist ein bisschen hässlich irgendwann wenn er die ganzen strommasten rum stehen aber so guck mal wie es energie technisch aussieht ja so voll gut jetzt reicht das eine kraftwerk also wir müssen das neues erforschen dass man diese pakete da rein was erforsche ich denn als nächstes stahlverarbeitung ist glaube ich ganz wichtig so wie sieht es hier aus 25 ich sehe schon verbraucht hat sehr viel geht aber schnell voll mal gucken kriege ich vielleicht probleme irgendwann wieder kiste vom platz her so auffüllen tucker 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 füllen wir den rufen und mich bald mal das holz vielleicht brauche ich das noch dafür kohle hält auch holz raus kohle rein das ist fein ich habe noch ein bisschen stein ich könnte jetzt natürlich noch so ein förderer beim stein hin baum fließt man da nach oben bauen erst mal platz machen die fließbänder die haben sonst probleme die brauchen platz könnte man hier vielleicht in der mitte irgendwie so einen zentralen punkt machen wo alles zusammenläuft irgendwie die ganzen ressourcen später auch eisen und so wenn ich das montage teil dabei da kann man automatisch zum machen munition herstellen lassen was ich ganz praktisch finden das spiel ist das geile an dem spiel ist man kann das so schön gechillt spielen schön erzählen nebenbei ach ja apropos erzählen nebenbei ein paar leute die mich bei twitch abonniert hatten haben sich ja gefragt warum ich da weg bin erstens habe ich den twitch account gelöscht den alten weil man den namen nicht verändern kann was ein bisschen blöd war weil ich da noch einen anderen namen gehabt habe den habe ich ja schon sehr lange den twitch account den alten der jetzt gelöscht ist erstens mal das und zweitens will ich auf twitch nicht mehr streamen weil halt twitch mir einfach zu laggy ist und zu voll weil da so viele leute streamen das stimmt ja jeder deswegen stream ich über youtube direkt habe ich auch oben in meinem auf meiner youtube seite verlinkt diese kleine rote button mit dem play knopf drin drauf da könnt ihr draufklicken da kommt ihr direkt auf die stream seite von youtube da gibt es auch so ein neues so eine neue oberfläche die man auch öffnen kann das ist wie bei steam diese oberfläche wo dann halt alles so ein eigenes fenster hat design und so weiter aber ich habe das mal ausgemacht könnt ihr mal aktivieren wenn ihr wollt und ich muss sagen bei youtube läuft das stream viel besser flüssiger ich habe da weniger abbrüche verbindungsprobleme oder ruckler und es ist halt voll easy einzurichten also ihr müsst halt einfach nur in obs oder xsplit ich will ja demnächst mit xsplit stream ich benutze ja kein obs mehr weil obs mir einfach zu verpackt ist und laggy und so viele ressourcen fristen xsplit macht alles automatisch kostet halt monatlich aber 15 dollar für drei monate geht eigentlich beziehungsweise umgerechnet wieviel ist das 13 euro irgendwas und dann müsst ihr einfach nur bei xsplit ist einfach ihr verbindet den youtube account einfach bei obs müsst ihr halt den stream key den ihr im youtube account findet einfach da eintragen und dann funktioniert das über obs und twitch wenn ihr das mit obs youtube macht das gleiche nur deswegen ist halt ein anderer so jetzt nämlich mal und ja deswegen werdet ihr auf twitch nichts mehr finden da müsst ihr bei youtube anschauen und ich streame und da kann ich auch die playstation streamen das war mal her 73 und ich habe ja schon test gemachten stream test mit ufc kampf spieler war ganz cool halt ohne kommentar weil ich habe keine elgato ein problem ist ohne elgato ist halt schwierig mit meinem großmembran mikro da aufzunehmen deswegen habe ich die testfolge halt ohne kommentar oder ohne moderieren aufgenommen sondern einfach nur mit spieltonen ich kann das mit headset machen das headset funktioniert aber die headset qualität also das mikro ist halt scheiße im vergleich zu meinem großmembran mikrofon was ich hab boah erstmal die zahnräder hergestellt jetzt dauert das ein bisschen ich muss das labor auffüllen seht ihr jetzt stopp keine blitze mehr die da rauskommen wenn der arbeit dann hat man die ganze ach so ein radar wollte ich auch noch bauen geschütztürmer radar mal gucken ob das die dampfmaschine hinbekommt die einzelne wissen ob man auch irgendwie maschinen bauen kann um holz zu fällen aber ich glaube da gibt es nix aber ich habe nix gesehen boah krass was im kupfer fällt ich habe noch keine aliens gesehen die alien sigma auf der karl ist dann so rot gekennzeichnet was seht ihr das blaue das ist zeug was ich gebaut habe hier seht ihr halt die vorkommen stein kupfer öl öl ist auch hier in der nähe voll geil hier was haben wir denn hier für einen ertrag 111 prozent voll gut 84 83 18 127 voll nice läuft würde ich sagen wissenschaftspaket sind schon wieder leer da so seht ihr das ist halt jetzt kann man schon chillen und jetzt war ich halt erst mal bis hier alles ein bisschen abgebaut ist heißen läuft auch gut momentan sehr viel verbrauch können wir uns noch mal anschauen sind alles noch sehr niedrig das aber auch sehr viel wird ja auch gleich sehen ja sieht noch gut aus alles im grüne bereich so ich will jetzt erstmal speichern sicherheitshalber so weiß ich nie was passiert stromausfall absturz alien angriff alles mögliche also stromausfall in real life meine ich jetzt habe ich alles schon erlebt stahlverarbeitung ist gleich fertig gleich mal wieder ein paar dinger da rein so jetzt können wir schon mal den ersten geschützturm bauen und das war da easy going würde ich sagen da werde ich irgendwo hier ein bisschen weiter vorne platzieren ich auch weil was soll ich hier im wasser scannen ach so ich habe ja noch in der warteschlange diese teile seht ihr jetzt muss ich jetzt waren bis das fertig ist ich könnte jetzt abbrechen mit rechtsklick aber ich brauche es ja eh für das labor kann man das ja so lassen erstmal voller schrauben so steinwende brauchen wir schon steinwende rohöl aufbereitung geschützturm mehr schau hier militär dass ich das maschinengewehr bauen kann weil die pistole bringt einfach mal gar nichts gegen die viecher so hier frisst und frisst und frisst kohle ohne ende hier na komm ich bricht das jetzt mal kurz ab damit ich schon mal den geschützturm hinbauen kann und das radar da seht ihr macht jetzt diese zwischenproduktion für das radar macht er dann kupfer schaltkreis zahnrad und dann das hier ich fand das ein bisschen ätzend wenn man das halt alles einzeln bauen muss wäre zwar klar auch wieder so ein bisschen mehr aufbauen muss man dann alles managen aber mich nervt sowas ehrlich gesagt so da ja die dampfmaschine sehr wichtig ist in mein labor werde ich da den geschützturm erstmal hinbauen weil sowas muss man ja verteidigen es hier so man muss jetzt natürlich munition rein seht ihr ich werde gerade was ein ich werde demnächst so ein montageteil bauen wo dann munition automatisch wieder hergestellt wird so da brauchen wir auch gleich strom das radar mache ich mal so weg vom wasser hier oben da brauche ich später platz für die pipeline für die öl raffinerie so so schnell in echt bäume hacken könnte hacken schon mal das radar strom na ja rot rot gefällt mir aber weniger gut muss ja nicht sagen seht ihr der fortschritt im sektor scannen wenn das voll ist dann wird immer ein bereich bisher aufgedeckt ich sehe aber dass die energie kann ein bisschen knapp wird muss wahrscheinlich wieder einen ofen bauen jetzt aber jetzt stein sehr nice um diesen kessel zu bauen ich sage ja man braucht zwei dampfmaschinen ist optimal guck mal kurz seht ihr das radar verbraucht sehr viel also ja das ist schon grenzwertig jetzt der verbrauch kein thema kein thema da machen wir eine pumpe eine dampfmaschine und ein heizkessel bauen halt noch so ein teil dahin kohle haben wir genug apropos kohle kurz wie voll das dinge ist kann ich denn noch mal waffe aktivieren achso ich habe keine munition deswegen ist das rot so pumpe kessel schwupp und maschine ein maschine so war noch ein strom was dahin ich will das kämmer alles gerade machen ach das ist doch scheiße na doch automatisch korrigiert sehr gut und kohle so seht ihr jetzt ist noch gelb gelb ist ok grün ist noch besser schon fertig weiß kann ich hier noch ein da muss ich mal außen rumlaufen natürlich ein bisschen blöd aber naja was soll's ich habe auch schon probiert mit greif haben das automatisch befinden zu lassen die fließbänder aber irgendwie hat das nicht funktioniert leider so bauen wir uns erstmal ein maschinengewehr und ganz viel munition maschinengewehr als primär 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 oder was hier so habe ich eigentlich schon im inventar da muss ich mal hier aufpassen das ist mein inventar überfüllt aber wie sieht es aus ja wie sie genug energie mit zwei dampfmaschinen forschung eine bessere rüstung mehr schaden geschütztürmer das ist alles ganz nett aber ich brauche jetzt das hier montage maschine weil ich will ja das munition hergestellt wird zwar jetzt mal waren das steuerung rechtsklick ne shift rechtsklick ne ich will nur ein teil davon nein ich habe wieder alle gemacht so ein paar von den grünen dinge noch ein geschützturm das radar müssen wir auch beschützen ein repair kit da kann ich mal drei stück direkt herstellen ist auch wichtig für die geschütztürmer die kriegen schnell was ab die sind sehr aggro die aliens wie sieht es eigentlich aus mit dem scan da oben hat er schon ein bisschen gescannt wir gehen mal wissen was hier in der nähe ist es wäre natürlich blöd wenn hier direkt so ein alien lager wäre weil das haben wir schnell erreicht hier die verschmutzung ok also bevor ich ich würde euch ich gebe euch den tipp bevor ihr irgendwas erkunden wollt zieht eine eisenrüstung an hier die wo ich gleich erforsche diese verbesserte rüstung weil die machen so viel schaden und sind so schnell ihr habt keine chance abzuhauen das ist echt die gehen richtig ab nach apropos ich bin mal lasertechniker forscher kann auch lampen bauen ein bisschen licht machen das lass ich jetzt drin das ist auch zu voll ich nehme mal ein bisschen kohle wieder raus weil die dampfmaschinen bauen 100 pro wieder was ja seht ihr sag ich doch na komm ok tuff 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 das ist voll geil wenn man so alles so baut automatisiert und dann so schön das vor sich hin läuft das ist schon ein cooles gefühl wenn man sowas dann aufgebaut hat stück für stück voll nice so ich würde gerne mal multiplayer spielen mal gucken vielleicht hat ja irgendjemand das spiel aus meiner freundesliste kann man da zusammen ein bisschen bauen ich glaube man kann sogar hier noch connecten im spiel keine ahnung muss man ansonsten muss ich halt ein neues spiel anfangen aber ja ja halb so schön geht ja alles relativ schnell zumindest die grundlagen hier mit abbauen und so ist natürlich ärgerlich wenn man anfangen muss die öl raffinerien alles schon gebaut hat wie gesagt ziel in dem spiel ist es eine rakete zu bauen mit der man dann hier abhauen kann ist natürlich ein bisschen schwierig weil ich kann mir vorstellen dass die rakete extrem viel material braucht aber ich will jetzt erstmal die rüste erforschen man kann ja schwer noch stahl herstellen aus den platten hier dann noch meinen rufen dann gibt es stahl aber das kommt alles noch dann brauche ich vielleicht noch ein förderer hin allein nur für stahl herzustellen ab geht die post kam zwei stück noch und dann geht es weiter mit dem anderen kram warte mal greifarme fließband was was brauche ich denn für die greifarme fließband für was braucht er für was braucht er denn greifarme und fließband für diese grünen dinge brauchen man fließband und greifarme ok alles klar soll er machen